Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janos Muradhy bei den exotischen Pflanzen zu formen und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu formen und wie es weitergeht. Schaut in Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meiner Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video eure Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos, abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Lesbien mehr. Heute da macht die Edelkastanie vom Mergen Maroni. Das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, jetzt kommt da Erde hinein und die Maroni und die Maroni Jetzt da macht da die Erde drüber sowie die Walnüsse Gleiches Prinzip, aber nur Edelkastanen sind das. So Jetzt da mal wieder die Maroni hinein Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich beantworte euch. Jetzt da mal Erde drüber Große Brocken zerkleinern Hat sie eh immer schon von mir gehört So Fertig Jetzt die letzte So La 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 Die Part haben wir schon da hinein, so, irgendwo drücken wir den Löff dazu, jetzt haben wir mal die Erde drüber. Jetzt ist mir ein bisschen die Erde ausgegangen. So, da ist mein Maroni-Baum, Edelkastanier und so schauen die Blätter von dem Maroni-Baum aus. Ja, und da habe ich die Zitrone mit Früchten. Schaut auch ganz gut aus. Hebe ich meine Zitrone. Hoffentlich winnen die Früchten was. Und da kriegt er eine neue Blüte. So. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Video-Beschreibung, schreibt mir gerne in die Kommentare, schaut Kanal-Info, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Leistung mehr. Bis zum nächsten Video der Gärtner, Janus Murati. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.